doch wir können doch tauschen du Idiot kann ich ja zu sehen rechte Scheidung Hahahaha wie das herausgeklappt ist hier auf so ner Stange einfach die Waffen mein Inventar ist voll ich kann nicht da durchlaufen sondern ich muss erst in diesem Wagen steigen und gletsche hier durch fest ja ja und einmal kriegst du nicht ich bin unterwegs okay was könnt ihr wirklich hin immer feste Druck oh fuck ob ich rechtzeitig hinkomme naaaaaaa well shit Ja, gut. Die kann sich verletzt, sind aber auch nur so vorbei. Die Elementarwaffen wie diese kannst du jederzeit bei den netten Waffenhändlern deines Vertrauens um die Ecke kaufen. Was? Das hast du gut gemacht. Was? Hier, ich will meine Hochsicherheitsax drüber. Robbe, wie hast du das geschafft? Ich weiß nicht. Ich habe mit vollstem Leben hier gestanden, aber einmal tot. Nein! Warum ist die Türe abgesperrt? Warte. Sie ist am Öffnen, dich! Warte, vielleicht müssen wir von... Daaaah! Wieso? Also... Ähm... Wow. Ähm... Als ob du nützlich parafant bist. Doch nicht, bin drin. Ich bin auch drin. Draht mal wie? Durch die Tür. Leute, ich bin Jesus! Klar. So, Jesus, Zeit vorbei. Ob er da unten auf dieser Klippe landen kann. Oh, fuck! Glaubst du mal, kann da unten landen? Äh, ja, natürlich. Hahahaha! Halt, meine Leiche hat sich ja durch Räumen und Zeit gebohrt. Ähm... Ähm... Jetzt geht's los! Warte, muss nachladen, 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 nachladen. Sauber. Ob ihr auch irgendwann mal was Gutes geben? Nein, komm mal! Wo? Ich glaub, das war gut, oder? Der... 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 Der Jesus ist zurück! Ähm... Warte mal! Als ob ich... Ja, wenn ich jetzt ne Granate hochschmeiße, dann prallt die da ab. Au! Ob man von hier... Ähm... Huhrensohn-Kollision! Ob man das so machen kann, dass es sich da einklemmt? Nice! Nice! Ähm, oh! Oh, das was wir reproduzieren. Ah... Funktionieren! Funktionieren! Hast du das gesehen? Yep. the night